Hier gehen wir um den Maulbestrauch, Maulbestrauch, Maulbestrauch. Hier gehen wir um den Maulbestrauch, an einem geilen und frostigen Morgen. Holly, Holly, Zeit für die Schüler fertig zu machen. So waschen wir unser Gesicht, unser Gesicht, unser Gesicht. So waschen wir unser Gesicht, an einem kalten und frostigen Morgen. So kommen wir unser Haar, unser Haar, unser Haar. So kommen wir unser Haar, an einem kalten und frostigen Morgen. So putzen wir unsere Rätselne, unsere Rätselne, unsere Rätselne. So putzen wir unsere Rätselne, an einem kalten und frostigen Morgen. So ziehen wir unsere Kleidung an, Kleidung an, Kleidung an. So ziehen wir unsere Kleidung an, an einem kalten und frostigen Morgen. Hier gehen wir um den Maulbestrauch, Maulbestrauch, Maulbestrauch. Hier gehen wir um den Maulbestrauch, an einem kalten und frostigen Morgen. Hier gehen wir um den Maulbestrauch, Maulbestrauch, Maulbestrauch. Hier gehen wir um den Maulbestrauch, an einem kalten und frostigen Morgen. Habt einen tollen Tag in der Schule, Leute. Bis zum nächsten Mal.